Hey! Und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Meine Haare sind jetzt gerade nicht so an Fleek. Die sind noch vom anderen Video, also... What else? Ich hab mir heute gedacht, ich schnapp mir... ...wieder das 3D-O. Jubel. Und... ...diesen... ...supercool... ...Slime. Oh. Die Visur erinnert mich irgendwie an meine ersten Videos. Könnte ich noch daran erinnern? Ja. Oh, das ist wirklich cool. Green. Joh shame. ferm. Gebb. Oh. floss Denen, den auch. Ja, das stinkt so Es sieht echt schön aus dem Gesichtsaus. Das ist wie so eine Wolke, so richtig flüssig. Ich würde mich jetzt ganz komisch haben. so so Okay. Ich habe einen kleinen Schiff, aber ich habe einen kleinen Schiff, der ich habe einen Schiff. Sollte so so Okay. Das war's für heute. Was ist das? Das war's für heute. Sollte Ja, ihr Lieben, das war's auch mit meinem kleinen Slime-Video. So, ich habe hier neben mir auch Form, warum Clay heißt das, glaube ich, es hat so eine andere Konsistenz, ist mit so Kügel, oh, da wollte ich schon wieder piepen, oh, vielleicht liegt es auch an meinen Kopfhauen, kann das sein, weil immer wenn ich näher rangehe, kommt das. So, wie seht ihr das Kügelchen? Wollt ihr damit gerne ein Video sehen, dass ich das Form in die Ohren reinpacke und dann mit Handschuhen, mit einer Pinzette, das aus den Ohren so rausholen, so ein richtiges Ehe-Clinik-Video? Wenn ihr Lust habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn nicht, dann einen anderen Vorschlag, worauf ihr Lust habt. Und das Namensvideo wird jetzt auch bald kommen, ihr habt ja fleißig euren Namen unter meinem E-Community-Beitrag, könnt ihr noch auf meiner Seite nachschauen sehen. Und ja, was wollte ich noch sagen, vielleicht mal ein dickes Danke an euch, eure ganze Unterstützung, es sind schon fast 60.000, das ist crazy, einfach nur crazy. Tut mir leid, dass ich heute so komisch aussehe mit meinen Herzen, aber es ist alles heute ein bisschen spontaner geworden. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis danach.